ZUAT! Hör auf da! Hello again, meine Freunde! Vielen Dank! Teller erstes! FIFA 21! Totz-Rühnchen! Ja, meine Freunde, der Totz ging dann auch endlich mal los. Er war überfällig. Natürlich haben auch wir wieder den ein oder anderen Euro verschwinden lassen. Ich bin ja Magier, von daher ist das meine Königsdisziplin, möchte ich mal sagen. Und das Ganze verfeinert so ein bisschen über ein paar Monate. Halt die Fresse! Wieder 7 positive Bewertungen, Freunde! 10.000 Likes wären absolut geil! Checkt sehr, sehr gerne meinen 2-Kanal ab. Checkt sehr, sehr gerne meinen Stream 100-Kanal ab. Alle Links sind nun drin in der Videobeschreibung. Einfach alles abchecken. Like dalassen. Follow dalassen. Alles dalassen. Weil... Ist geil! Dreckig! Ekel! Eichel! Wir haben hier heute, ich meine, 5 Icon-Packs und ich glaube, 22 Tots, die ich gezogen habe. Es sind aber nur 21 zu sehen, weil beim ersten Tots habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. Ja, Spaß, Freunde. Das ist ziemlich uncool, ne? Ich gebe ab ins Video und wünsche euch viel Spaß. Bleibt gesund. Positive Bewertung wäre awesome. In diesem Sinne viel Spaß. Ich bin raus. Kommentare vollballern, welchen Tots ihr gezogen habt und wer für euch der interessanteste Mann ist. Ich kann nur sagen, wir haben unseren vermeintlichen Wunsch, Tots, bekommen. Ab geht's! Ich öffne das erste Pack erstmal so, damit wir wissen, wo wir dran sind. Da. Der erste Mann für die Weekend League. Perfekt. Schakalaka! Brasilien. ST. Neul. Carlos, nehm ich aber mit! Carlos, nehm ich mit! Carlos, nehm ich mit! Carlos, nehm ich mit! Vorhin noch gesagt, Carlos noch nicht gezockt. Carlos, nehm ich mit! Und wir haben noch zwei, hör mal. Zwei haben wir noch. Carlos ist gut. Und vor allen Dingen, der linkt halt auch gelb zu Özil, ne? Ist gut. Lass knacken, hör mal. Lass kacken. Oh komm, gib mir ne geile Stürmer ein, genäuter! Perfekt, Link zu Jero. Top Kommentar, mein Junge. Das ist doch scheiße, Alter. Ey, mach noch einen. Das Problem ist, in einem von den beiden Packs wird safe noch Italien kommen. Also, ich weiß nicht, in welcher Welt der mehr wie 500k wert sein soll. Ja, 199. Astral, hör mal. Wir haben, bis auf Carlos, keine coole Karte gehabt, ne? Alter! Ich weiß nicht, wie wir heute sind. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Können wir ein geiles Regenling-Team bauen? Schön. Und man weiß jemand, wann wir den Dienst gezogen haben? Perfekt, Alter. Hab einfach keine Aufnahme laufen lassen. Mach doch mal ne Icon, Junge! Wot machst du? Wer bist du denn? Deutsch? W nuevos lift? Ginter? da ist er doch habe ich doch gesagt klickt nicht auf nein erst hat niemand gesehen leider weil ich einfach die aufnahmen nicht gestartet habe so schlecht also müssen wir alles nachholen der nächste der nächste jura wer bist du denn ich glaube der ist gar nicht schlecht ich verpiss sie doch davon ja der elderstab ist hat schon wieder 85er alter macht doch mal ein bisschen höher da nummero zwei jetzt läuft aber auch mal die besseren aus dem main team geben so drei hintereinander drei hintereinander bruder lewandowski ich dachte zelinski da hätte zelinski sein könne 4 4 hintereinander besser oder jetzt eiken torte ist gebaut jetzt die kirsche drauf noch ein 4 hintereinander jetzt aber zelinski mann rainbow high in the sky 6 stück haben wir insgesamt tripex wie viel haben wir fünf doch oder nicht aber mal ein aus dem main team jetzt jetzt hätte ich fast gekotzt muss ich aufpassen ja was denn jetzt los wo bleibt die icon ich muss dann aktualisieren england händelassen nach digga wer bist du denn so ein einbeinigen da gibt es ein engländer im main team wann bisacker was mit dem nummer sieben du kannst mir doch nicht erzählen dass wir nur die gleichen leute ziehen alter ist der spc der typ aber schnell aktualisieren dann ist direkt wieder der nächste drin so ja perfekt smurf danke für den zwölften der torts ist für dich im nächsten pack auch mal den nacken ein bisschen so wackeln weißt du dann kommt da eiken mann schäppel honey man da ist er doch der honig mann neun stück neun krasse todts im pack omg schwestern schaut euch bitte diese lightning round ab ich denke es oder letzte oder vorletzte weiß ich weiß nicht komm zelinski mann ey und verpiss dich doch junge egal ich rasch dir gleich aus ne ich rasch dir gleich aus heli komm verpiss dich junge neymar ja super spitzer immer ein pack da stand nur noch ein pack wir haben das letzte pack der welt bekommen eiken das war das letzte ab das stand nur noch eins das letzte pack ein harry kane ein harry kane ich dachte im letzten pack da ist hier juliet ronaldo und pelé in allen dingen drin was das denn das letzte pack der welt bekommen steht jawoll zielinski hehehehehehe hör auf junge ich kann die einfach nicht mehr sehen ey ich glaub da war der fünfte sechste das war der sechste huhe ui hier der Edmund der Edmund der Edmund Edmund Eduard guter mann und der ist im ersten Edmund Eduard Wie klein sieht denn der Spieler aus im Gegensatz zur Karte? Was ist denn da los? Was ist denn, 1,20? Eduard! Komm mit! Was kostet der? Keine Zeit für mitkommen. Da ist ja nicht bevor. Aber ich dachte, es wäre ein Kunku, ne? Ich habe gedacht, es wäre ein Kunku. Egal, dann jetzt ein Kunku. Mach. Das ist doch eine Scheiße, ist das. Jawohl, da ist er wieder. Da fährt er rein. Wer will da mal wer... Jetzt rein! Mann! Eine schöne Icon. Komm. Ah ja! Ey, nicht immer die Gleichen. 15, komm! Höh? Mann! Ich habe gedacht, holen, ey. Bro, what are you doing, man? Don't know. Ja! Die Nummer 16! Hä? Der ist sogar gut! Wieder Community. Community ist das wieder. 3-3 halt. Dreh mir die Karte nicht schlecht hier. Ich bin voll im Hype. Jawohl! Im Letzten! Da ist er nochmal! Ronaldo! Das ist ey, der Typ auch, ne? Dieser Grand, ey. Jawohl, komm! Nummer 18! Wer ist es? Ronaldo! Der ist... Ich weiß auch nicht, ob ich den einen Grand da aufgeschrieben habe. Ich meine jetzt... Na ja, ist ja scheiße. Jetzt aber, komm! Der ist zwar kaum was wert, aber den wollen ich haben! Und wir kriegen ihn! Schön! Kunko, Bruder! Vom wegen kaufen, ziehen! Schön! Geil! Über die Karte freue ich mich. Können wir auch direkt einbauen, ne? Oh, jetzt läuft's aber! Jetzt läuft der Hase aber hier! Ilicic immer! Ilicic! Wieder Community, ne? Die sehen alle kaum was wert. Aber ist ja egal. Hauptsache kein von den Titten da zieht. So, was ist denn die ganzen Bobbys jetzt hier weg? Die ganzen Pack geilen? Da werde ich natürlich nochmal aufladen, ne? Ha! System gedribbelt, Jungs! Das ist nur virtuell. Das ist nur virtuelle Münzen. Da ist er. Oh ja, da ist er doch! Da ist er doch! Da ist er doch! Was für Aua! Hä? Was für Aua! Sielinski! Weißt du, wer hat 10 Millionen? Easy. 10 Millionen! Wie losst du mal? Ja, weil das ist wieder der Dings! Der Dödel ist das da wieder da von den Innenverteidiger! Hab ich ihn nie gesehen, ey! 120k wäre Plus gemacht. Dahinter sind ja noch ein paar Tots, Jungs. Deswegen mach ich den Counter auch noch nicht hoch, wisst ihr? Zwei Stück. Der Grund und der andere. Ja! Toll! Hier! Da haben wir die Scheiße! Helik! Da sind die beiden Spezies! 22 oder 23? Das werde ich wahrscheinlich erst wissen, wenn ich da Video geschnitten habe, ne? Ob das jetzt wirklich 22 oder ob es doch 23 waren. Das werden wir dann sehen. Aber am Ende, am Ende haben wir nochmal viele aus dem Community Tots bekommen, ne? Da.